Sag mal, kannst du mir fix sagen, wie spät ist es irgendwie, ob mein Handy gar nicht hängt? Jo, es ist genau 3,4,3. Was? Was, was? Wie spät ist es? Immer noch 3,4,3. Also, Viertel vor 4 oder wie? Nein, Viertel vor 3. Warum sagst du 3,4,3 statt Viertel vor 3? Weil meine Variante schneller zu sagen geht? Nicht wirklich. Doch, 3,4,3 statt Viertel vor 3 ist ja wohl viel schneller. Ja, wenn du es extra langsam sagst, ist klar. Es wäre auch so viel schneller und macht eindeutig mehr Sinn. Und was sagst du, wenn es Viertel nach 2 wäre? Ja, Viertel 3. Ihr Ossis seid echt merkwürdig. Jetzt kommt die Aussie-Kenne wieder, war ja klar. Ich check nur einfach nicht, warum mir die Uhrzeit falsch sagt. Es ist einfach nur eine andere Art, die Uhrzeit abzulesen. Okay, und was sagst du, wenn die Uhr 14.20 Uhr ist? Ja, 10 vor halb 3. Oh Gott, ist das schlecht. Was? Naja, richtig wäre es 20 nach 2. Kommt aufs selbe raus. Ich kenn die Antwort zwar eh schon, aber 14.40 Uhr, was sagt ihr da? Ja, 10 nach halb 3. 10 nach halb 3? Bist du doof oder was? Wie kann man so ein Mist lassen? Alter, es ist nur die Uhrzeit. Ich versuch hier eine ernsthafte Konversation zu führen. Du willst mir doch erzählen, wie man die Uhrzeit richtig sagt. Ganz genau. Als nächstes heißt es auch nicht 5 nach halb 3, sondern 25 vor 3, oder was? Nee, da wird einfach halb 3 gesagt. Was soll das denn? Ja, komm, die 5 Minuten. Ja, genau, ich sag auch immer, dass ich 20 bin, obwohl ich schon 25 bin. Die 5 Jahre. Das ist was völlig anderes. Im Prinzip nicht. Die Jossis macht mich echt fertig. Junge, geh mir nicht auf den Sack, Alter. Auf den Sack, Alter. Wie du redest, schrecklich. Jetzt geht er auf die Aussprache. Junge, soll ich dir den Gaumen einbrennen, oder was? Aggressiv werden wir auch noch. Ich schubs dich gleich, wenn du so weitermachst. Nicht schubsen, okay? Ich hab Joghurt in der Hosentasche. Ach komm, mach den Kopf zu, ey. Ich will es halt nur verstehen, warum dir die Uhrzeit so merkwürdig ausspringt. Warum merkwürdig ist es einfach nur anders wie Thomas? Heißt es Oregano oder Oregano? Oregano, natürlich. Das war eigentlich eine rhetorische Frage, Alter. Ich meine, Oregano, das hört sich doch schon voll komisch an. Ich wollte... Du sagst nicht ernsthaft Oregano, oder? Ja. Es wird immer lächerlicher. Okay, ich sag die Uhrzeit falsch. Oregano, komm aus dem Osten. Sonst noch irgendwas, was dich stört? Hm, nee. Wollen wir denn jetzt nochmal gucken und überlegen, was wir heute Abend machen wollen? Du hast recht, tut mir leid. Also, eventuell Kino? Jo, von mir aus gerne, was läuft denn? Also, es läuft denn neue Abwänge? Kleiner Scherz. Ich dachte schon, denn wäre aber was los gewesen. Also, ich hätte Bock. Hör ich auf, wann läuft der? Warte mal, der läuft... Von mir aus können wir auch lieber übermorgen ins Kino, da passt es auch besser von der Zeit. Übermorgen, Sonnabend? Ja, hab ich Zeit. Sonnabend? Du meinst Samstag, oder nicht? Ich sag Sonnabend. 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 Ich sag Sonnabend.